Was ist für uns eine ganz wichtige Sache, jetzt im sechsten Jahr bereits die Kinder zu sehen, zu einem sehr frühen Zeitpunkt zu sehen, einen ersten Einblick zu gewinnen über die Talente, Talentlage, was sind die Spiele, die interessant sind. Und natürlich auch für die Jungs das erste Mal, dass sie eine Auswahlsituation haben, wo sie auf Bundesebene von uns gesichtet werden und entsprechend dann ausgewählt werden. Das haben sie jetzt im Vorfeld gehabt bei der Auswahl der Mannschaft, aber jetzt hier eben auf Bundesebene, sodass die Bundestrainer drauf gucken und ihnen vielleicht auch schon ein paar Tipps mit auf den Weg geben können für die nächsten Jahre. Ja, es ist ein langer Tag für uns alle. Die Jungs haben hier drei Spiele zu absolvieren, das heißt insgesamt zwölf Spiele sind über den Tag zu machen. Den ganzen Tag sind die Jungs auch in der Halle, haben zwischen den Spielen dann ihre Pause, werden verpflegt, haben ihr Essen da und sind abends dann gemeinsam hier in der Jugendherberge oder hier in Bremerhaven jetzt in einem Hostel, wo sie den Abend auch gemeinsam verbringen, sich ein bisschen austauschen, andere kennenlernen, ins Gespräch kommen mit ihren Alterskameraden. Für sie sehr gut, auch diesen Blick mal zu gewinnen über ihre Grenzen, Landesgrenzen hinaus. Für uns ganz wichtig zu gucken auf Talent, das heißt jetzt hier, wir gucken natürlich einerseits, was können die Spiele im Moment schon, aber auch ganz wichtig für uns zu gucken, was für eine Entwicklung kann ein Spieler nennen. Also körperliche Gegebenheiten, die sie mitbringen, athletische Voraussetzungen, die sie haben, langfristig zu gucken, was kann aus einem Talent werden und nicht nur darauf zu gucken, was kann ein Spieler jetzt. Das ist für mich und für den Laden Rentschitsch als meinen Mitbeobachter hier ganz wichtig und das ist das Erste, worauf wir gucken, wo kann die Reise mit den Spielern hingehen. Ja, zunächst mal vielen Dank an die Einge Dieber, dass das Projekt verlängert wurde, vor allen Dingen jetzt auch um drei Jahre. Damit haben wir natürlich Planungssicherheit. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Projekt, weil wir schon sehr früh gucken können, wo die Talente sind. Man hilft den Landestrainern zu gucken, wo sind die Talente, bringt die dazu, mit den Talenten zu arbeiten. Und ich bin sehr, sehr froh, dass das jetzt drei Jahre weitergeht und habe auch hier wie jedes Jahr immer sehr, sehr viel Spaß an dem Turnier. Ich spreche sehr, sehr viel schon mit den Landestrainern im Vorfeld, dass sie mir einen Überblick geben, was machen sie mit den Kids schon, wie weit sind sie in ihrem Training, was können die überhaupt schon. Dadurch wird das für uns viel einfacher auch zu gucken, was sind die Talente hier, wenn wir da ein bisschen besser Bescheid wissen. Wir gucken in erster Linie nach Intensität und Kreativität Spielwitz. Es geht darum, dass wir hier wirklich nach jungen Mädchen gucken, die einfach diese Freude am Sport haben, die kreativ spielen wollen, die alles geben, die kämpfen. Natürlich sind körperliche Voraussetzungen wichtig, technische Voraussetzungen, koordinative Voraussetzungen. Das ist ganz klar. Aber was uns immer sofort auffällt, ist natürlich eine Spielerin, wo man sieht, Mensch, die will, die lebt diesen Sport, die versteht das Spiel, die hat Spaß dran. Ja, das sind so die wichtigsten Dinge. Ja, das sind so die wichtigsten Dinge.